Wildvögel von Angelhaken durch Bord. Freilaufende Hunde, der für viel Geld renaturierte Nitterabschnitt in Frankfurt höchst, musste dieses Jahr viel mitmachen. Es wird gebadet, obwohl verboten. Müll liegt herum, Party-Stimmung im Sommer. Das Nachsehen haben die Tiere. Vor allem die Vögel, weiß Martina Schane vom Wildvögel-Schutzprojekt Oase. Es fängt so an, dass die Hundenbesitzer mit Leine, aber auch ohne Leine hier laufen. Und wenn man die anspricht, gerade in Brutzeit, ich habe das so oft erlebt, dass sie nicht ganz freundlich waren. Erst diesen Monat wurde ein junger verletzter Schwan gemeldet. Wir hatten einen Fall mit einem verletzten Schwan-Küken. Und der Bauch war gerissen, also vom Hund angefallen, durch das Verhalten der Hundbesitzer. Und die Leute, also junge Damen, haben mich total ausgelacht. Ein anderer Fall. Es gibt eine verletzte Kanada-Gans. Die Menschen haben mir mitgeteilt, dass da ein Tier durch Hunden verletzt wurde. Ich habe es gesucht, dann gefunden und mit blutigem Kopf abgehäutet. Und dann habe ich es gefangen, Polizei, das Gemälde zum Tierarzt gefahren. Zu retten war die kleine Gans nicht mehr. So etwas geht natürlich nahe. Ich weine dabei, sehr oft. Weil es ist schlimm für die Tiere, so zu leben, mit solchen Schmerzen. Seit über fünf Jahren setzt sich die 42-jährige Martina für Wildvögel ein. Sie gründet ihr Projekt Oase, investiert ihre gesamte Freizeit für die auch finanziell aufwendige Arbeit. Fast jeden Tag gibt es einen Hilfseinsatz für die hauptberufliche Nachhilfelehrerin. Wie hier am Frankfurter Mainufer. Ein Fahrradrübel überfährt eine Graugans und flüchtet. Martinas Intention? Mir geht es um das Tierleid ein bisschen zu reduzieren, minimieren. Weil alles, was man Gemälde bekommen hat oder sieht, über 90 Prozent durch Menschen für Einwirkung oder Gewalt entstanden ist. Ein weiteres Problem an der Nieder sind illegale Angler. Hier sind Angler, schwarze Schafe ohne Angelschein. Und natürlich werden oft die angelharten Schnüren auch liegen gelassen, abgetrennt. Und die Tiere verletzen sich. Die Probleme sind bekannt, sagt uns Volker Rothenburger von der unteren Naturschutzbehörde in Frankfurt. Besonders dramatisch ist es, wenn Fische ihren Laich in die Kiesbänke legen und die Leute baden dort und wühlen sozusagen die Kiesbank um. Und damit geht auch der Laich verloren, weil er mit dem Fluss abgetrieben wird. Eine sogenannte Allgemeinverfügung ist in Arbeit, sagt Volker Rothenburger. Ein Teil des Niederlaufs wird unter strengen Schutz gestellt. Wir wollen da, sag ich jetzt mal, die Maßnahmen verbieten, die zu den großen Problemen führen. Und dazu zählt vor allen Dingen alles, was dahin geht, als wäre das ein Schwimmbad, ein Freibad. Also Picknickdecke, Grillen, Lärmen, Baden. Bis 2013 gab es hier ein klassisches Wehr für Fische, unüberwindbar. Dann wurden knapp vier Millionen Euro für die Renaturierung des Niederabschnitts investiert. So können nun zum Beispiel Meerforellen bis in die Nordsee hochwandern. Auf der anderen Seite wünsche ich mir auch durchaus, dass die Leute dieses Gebiet erkennen und auch genießen und auch den Naturgenuss wirklich inhalieren sozusagen. Aber auf der anderen Seite auch rücksichtsvoll mit umgehen, so wie sie vielleicht auch zu Hause mit ihrem Wohnzimmer umgehen würden. Ziel ist es, dass sich die Situation spätestens im nächsten Jahr beruhigt. Und vielleicht auch Martina Schane, an der Nieder keine Rettungseinsätze mehr tätigen muss.